hallo leute und willkommen zur nächsten folge von let's play league of legends heute mal mit jemand neuen dabei heute sind wieder mit dabei ist der awful one die lara ist heute wieder mit dabei der marcel ist wieder mit dabei hallo und heute ganz frisch mit dabei frisches blut haha die angie so also ich bin ja ich mal gespannt ich hab sie jetzt auch noch mit spielen sehen und ich habe gehört sie ist ein absoluter ope pg also enttäusch uns nicht sonst wird report also also so viel zu keinem druck und so weiter aber die kinderische katharina ist relativ freundlich das finde ich schon mal toll er hat sie sind ja nur was sie uns noch mal vernichten wird ist sie uns oder wir sind ich werde um auf sie uns sie uns hinein du bist noch in 3 ich bin Captain Hook so also so wir haben ja das ist man wissen Kritik bekommen also dass das habe ich jetzt in der letzten folgenden eingebaut aber dass wir ein bisschen mehr darauf eingehen sollen welche items wir spielen und warum wir die spielen und so weiter also Trash Support sollte sich eigentlich so von selbst erklären also ich habe jetzt die gold die uralte Münze dabei plus drei mal nach der generation alle fünf sekunden und Todestöße bekomme ich zwei gold und fünf leben wobei die fünf leben sind ja relativ das ist das ist das ist eine Anspielung auf Wayne Rooney und so weiter interessiert ich weiß in der Gruppenphase ausgeschehen Wayne interessiert das ist ein paar Folgen vorab aufgenommen allerdings durfte ich allesamt wieder löschen wir sind jetzt bei folge fünf glaube ich schon das ist folge sechs das Problem ist es gab ein Update uns auch guckst du da und ich hab die Kälte im Korten und und auf dann ich bin ganz offensichtlich also ach sie ja nicht was loswerden die aus dem Leben von Stürmer ist ab man sie war sie haben auch verdammt ich bin auf meiner Lehner war er sich nicht vieler ich bin das geht nicht mit dem ich habe jemanden auf mit der dritte der gegen den Wurzeln Schleifel naja weil wir sagen die Karte ist weg mit ihr gut da das ist die Ruhe und die Grundschuldigung und ankommen was er schlückt wenn er in den Augen 9 Uhr das alles an dem sich die abend neuen die die um ich versuche mich ein bisschen auf die kate zu um um es ist relativ schwierig auf der top lane Prozent ist der Kollege den wir nicht kennen aber der spielt gegen Pantheon in der Mitte haben wir so wie es aussieht in Yahoosso ja Warte mal, ich geh mal ganz kurz borden. Ja, ich werde mich zu lang wechseln, du bist tot. Kann schnell bei mir gehen. Und, aha, schon beide Buffs, das ist schön. Soll ich mal die Leona beihucken? Was willst du hucken? Reicht. Leona. Wenn ich dabei sterbe. Oh, nek, nek. Oh, schade. Ich hab erst verstanden, Jonas bei Hocko. Ja, ich huck Jonas bei. Jonas, beschützt uns mit einer hohen Stirn. Ich komm gleich mit. Leona ist da oben. Oh, shit. Oh Gott, das bist ja du. Sag das doch. Das war attackieren, ne? Datarakiri. Wir sollten nicht so dicht beieinander stehen, aus diesem Grund. Das ist ja nice. Nein. Bin ich jetzt gestorben? Ja, du bist der Mut. Ja, siehste, ich hab solche Lächste sind noch nicht mal die Attacken. Ein Schattenkill gemacht und du stirbst. Oh Gott, und jetzt sterbe ich auch. YOLO. YOLO. Hat sich Jesus auch gedacht. Verdammte Kacke, ey. Ja, so. Diese doofe Kater kam auf einmal aus dem Jungle raus. Bist du Lara, wir zeigen wieder, dass wir nicht spielen können als Weiber. Bist du keine Weiber? Ah, sie holt mich im Tower. Vor allem die Leona. Alter, die Tänke isst denn die bitte? Oh, Karten bietet auch, da geht das. Aber, wir sind zwölfjährige Jungs in der Pubertät. Ja, genau. Ja, das hört man dann auch auf dem Stimmen und so weiter, ne? Ja, eben. Ich will Mainstream sein, Alter. Ja, diese doofe Katharina, ey. Ich harte sie. Was, du hattest sie? Ich harte sie. Ach, du hattest sie? Ja, ich harte sie. Nee, harte. Harte. H-A-T-E. Und ich sprich's mal auf Englisch aus. Hater? Das kann zu viel von mein Gehirn. Hater. 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 Ich hab' Angst. Hater. Hallo, Januzo. Hallo, guck mal da. Absolut. H-A-T-E. 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 Ich hab' Angst. H-A-T-E. 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 das Erfolgreich ist auch ein bisschen höher. Das heißt, dass ich das verleidigen? Nein, das war Kritik an mir selbst. Ja, ja. Ist der Trial bushboarded? Ich glaube, ja. Leona war mal da drin. Und hab sie. Und drauf, und drauf. Wow. Nee, drauf ist doch gepasst. Ein Blick ist draufgegangen. Wieso immer, wenn ich mit irgendjemandem die Spiele klappt, ist nicht. Sehr schön. Ja, das hat sich doch mal gelohnt. Also, wenn dann richtig. Ein Hof auf Nock als Jungler. Auch wenn ich total Rammus-Favorit bin. Als der Mädels hört auf zu spüren. Lara ist das Problem von mir. Find ich das? Das ist gerade sautraugisch. Mir geht die ganze Zeit gerade Teenage Mutant Hero Turtles durch den Kopf. Kennt ihr das noch? Konzentrier dich auf LOL. Hoffentlich, du hast LOL gesagt. Ja, ich hab LOL gesagt. Guck mal da, Tim Porte, dich Porte, dich Porte, dich. Ich bin ganz einfach. Ah, nein. Weg, 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 da ist ein. Ich hab Angst bekommen. Hi. Wie soll's denn die, Jean-Pierre? Ich bin, weil ich sechs bin. Ich bin schon ganz groß. Ich bin sechs. Raphael, kannst du mal kurz nach meinen Tower aufhalten? Ah, nein, ich bin doch nicht. Ja, sorry. Ich konnte irgendwie nicht angreifen. Nee, das macht nix. Das ist nix. Das ist nix. Das ist nix. Schlechtes oder andere Laptop. Computer sagt nein. Entschuldigung, du bist doch erst... Mein Computer sagt nein. Was? Du bist doch erst zweimal gestorben in acht Minuten. Halt die Fresse. Gar kein so schlechter Schnitt, also ich glaube, es ist schon ein schlechteres erlebt. Was? Ich geb dir mal mein Laptop. Oh ja. Kannst gern mal in der Woche damit spielen. Ich glaub, das hat nix. Lara, du benötigst nicht unbedingt Blu, gell? Nee, ich kann ja noch nicht mal hier normal irgendwie irgendwelche Angriffe machen. Das ist ja... Wie schon meine Farben funktioniert? Oh, Leute. Dein Leben ist für'n Arsch. Weißt, weil dein Laptop nicht funktioniert. Was? Hast du gerade gesagt, dein Leben ist für'n Arsch? Ja. Lebt. Mein neues Leben. Weil... Deary Life, alter. Ich die Angriffe nicht sehe. Alter, diese Caitlin, alter. Die merkt mich so kolossal. Macht einfach so, als ob's draufhärte. Oh, ich hab's dann. Das war nur so. Oh, schlusses Land. Und weg, geh weg. Ge weg, geh weg, geh weg. Ja, sorry, ich war... Wir haben das wirklich gestanden. Ich komm mit. Oh, schlusses Land. War aber gar nicht so... So schlecht. Ich versuch's noch einmal. Oh, schlusses Land. Ich muss top, ich muss top. Oh, verdammt. Ich hab mich verklickt. Ich stand eigentlich fast vor dir. Ich hab mich verklickt, glaube ich. Das war die Ulti. Oh, das war die Ulti. Oh, ist das dunkel. Ja, das ist Nocturms Ulti. Ach, was? Nocturms Ulti hat getötet. Du bist auf der Start aufgekommen. Nocturms, kommst du vorbei. Sofort, ja. Und? Wir wiederholen das Spiel nochmal, wenn ich am Laptop von meinem Bein zu zockiere. Gut, alles klar. Also, liebe Menschen, Zuschauer, diese erotische Stimme ist bereits vergeben. Sorry, Leute. So, jetzt schau ich mitte. Was hast du gerade gesagt? Und drauf, und drauf. Oh, das sieht gut aus. Ich hab das jetzt richtig verstanden, ja? Ah, Flash, weg. Oh nein, 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 Lara, nein. Reicht das? Reicht das? Komm, 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 komm. Nein, Reischnetz, sorry. Danke. Oh, das war so klaus. Oh, das war so klaus, hast du das gesehen? Das war so klaus. Das war so klaus. Wollte ich gerade sagen, habe ich mich gerade verhört. Das war so klaus. Ja, und lass ihn in Ruhe, lass ihn in Ruhe. Weg, 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 weg. Nein, lass mich in Ruhe. Alles klar. Nimm mal deinen Halschrank. Ja. War schon die ganze Zeit aus, stattdessen. Nein, kacke. Bleib ein bisschen hinten. Das macht gar nichts. Ich muss erst mal ein bisschen los machen. Alter, was zum Teufel. Oh, alter, leg das weiter den vierten Tod. Geht doch noch. Halt die Fresse. Das sieht keiner. Das ist, nee, das ist wirklich bemerkt. Nee, das stimmt, das ist ein Eckweg. Das war auch gerade dumm. Ah, was dann? Oh, krass. Ich glaube, ich darf nicht bei anderen Wochen halten. Ich darf nicht bei anderen gucken, wenn ich gerade ein bisschen am Deffen bin. Ich bin gerade sonst wo rumgerannt, weil ich unkonzentriert war. So schlimm ist dieser Hose hier gar nicht. Ich habe aber mal Angst, dass die Katar guckt. Leute, ich will jetzt echt nichts sagen, aber ich habe das Gefühl, dass diesmal auf eine Niederlage hinausläuft. Bei dieser Aufnahme. Ja, was ist mein Feed? Ich bin da. Ach, Mann, sag das doch mal vor. Ja, nein, er hat die Angriffen, das habe ich nicht, aber jetzt habe ich ihn. Ah, jetzt habe ich den Kinn noch nicht mehr drauf, verdammt. Ja, tschau. Aber sag doch einfach, wenn du kommst. Ja, du bist, du hast Lowlife gehabt und er hat die Angriffen. Ich wollte nicht, dass du nochmal reingest. Oh, shit. Ach, du heiliger, sag dir mal SS oder sowas. Es ist ein bisschen spät, jetzt waren es drei in der Mitte. Und wir kommen wieder auf die Botlane, also wir sollten ein bisschen passiver spielen. Warte mal, ich warte mal ganz kurz. Zack. Na ja, ich fahre mir nur, ich renne schon nicht weg. Angie, hast du schon mal drüber nachgedacht, Support zu nennen? Nein, Lara, Support geht gerade gar nicht bei mir. Wow, ja, gut. Oh, Lara. Im Moment kann es aber auch mit vielen gehen. Lara, ja. Ich habe die Streamerin auf Twitch hier, du bist ja bestimmt. Dort hat er eine Streamerin halt gestreamt und die hatte blonde, lange Haare und die hat total verkackt die ganze Zeit. Das war bei jedem Spiel. Und ich dachte mir dann so, merkte ich es nicht, dass ich es nicht kann. Wir sind ja hatten guten Laptop und alles, ne? Aber das gucken wir anscheinend, Leute, vielleicht auch nur, weil sie gut aussieht. Ja, ich zeige noch den Schritt. 20 Farms in 35 Minuten. Achtung, Kater ist Mitte. Joach. Es gibt so viele Channels, wo irgendwelche Mädels meinen, sie müssten irgendwelche tollen Weisheiten in Videos raushauen. Dabei haben sie sowas von überhaupt nicht drauf, aber sie sehen gut aus. Haben knapp oder sowas in der Art. Was sind die knapp? Knapp. Ich bin in der Mitte, gell? Du weißt schon. Soll ich machen? Ja, boops. Und drauf. Ach, was was ist das? Ich weiß schon, die haben zwei große Noobs. Ja, boops. Zwei große Noobs. Noobs. Die sind plusieurs Personen. Okay, go chat. Weg 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 weg. Oah, nein, 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 nein. Uah, warum hast mich nicht beschützt? ich habe es nicht mehr und was sagst du mir ich glaube ich gehe bei der Ulti komplett dauern wir probieren die Karte was geht ab nichts Gutes Herrgott und sie kommt davon nur übel der verkacken gerade allesamt so ich spiele 4 1 ich spiele 1 4 ich bin 2 4 0 4 ja immerhin ich krieg's doch schon wieder nicht mehr die Botlane ist Missing bisschen gepusht von gegnerischer Seite aus aber noch ein bisschen wir sollten mal in die zum Tower gehen Deffen meine Mitte meine Mitte und dieser Jahuso kann eigentlich nichts Pass auf die Karte ist da im Jungle wir gehen lieber hinten rum ne ich habe das Gefühl sie ist bei meinen Wölfe ich habe das Gefühl sie steht hier irgendwo wo schon wartet dass jemand reinkommt ich bin jetzt stimmt Motlin und die Toppläne und Jahuso ist dort die Kämmer drauf und die Mauer Mähe ist ich hätte eigentlich gehofft dass es so dumm ist und noch weiter ran ja eher da kommen noch welche oh nein Pantheon, 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 ahhh Pantheon, ich bin tot mal du bist heiße da macht der Match der Match der Match der Match du die Schockart kennt ruhig auch mal irgendwie herrschl irgendwie denn er er kann sich mal bewegen beim Tower Home kommt auch nicht weiter ja der war leider nicht drin wir müssen mal zusammenspielen so ein bisschen dann wird es auch ein bisschen besser aussehen das ist mein Level 8 ich frag mich nur wie die das gerade gemacht haben dass die auf einmal alle da waren und die Absprache mit Tanteon ich bin ich bin das war zu perfekt naja okay das war so schlecht hat ich auch schon besser drauf ich wurde zum Teil mal gehuckt ich wurde zum Teil mal gehuckt gelobt dass man Huck so gut sein oh das ist eine Falle ich wollte gerade ranrennen 5 oder liegt was Süßes ich bin Trashy, könntest du mal ein Wort setzen? beziehungsweise jetzt vielleicht nicht weiß nicht ob die hier irgendwo von der Ecke sind du bist Trashy ich hab Trashy verstanden ich hab Trashy verstanden einer geschehen ich bin erinnert die ich gehöre und wollen wir noch durch die Sklar das interessiert die anderen direkt das Daten Kratos Buken Klatsch der GmbH die GmbH die GmbH von Kost die Erwärmung aus eine Bauer Prozent Prozent die Kälte mal sehen auch die Kälte hat 9 1 das ist akzeptabel nur 6 1 kann das ist auch wunderbar also hat nicht gesagt für wen akzeptabel Köln und mann ich bin nicht mehr so gut die ich bin immer noch der Welt Ich habe sie durch die Mauer gehockt. Ein Fail-Game, ey. Das macht nichts. Ich bin sowieso müde, wie soll. Wie soll? Wie soll, ne? Schön. Meine Seele, meine Seele, meine Seele, meine Seele. Wort. Ah, der Huso. Ein Huso. Ja, Huso. Lara. Für unsere Lollliste, ich habe einen perfekten Namen gelassen. Ich bin Green, ich bin Green. Was? Wo ist der Huso? Der Huso ist ja so gut. Mach schade. Der Ast auch geil. Ach, ne. Schon besser als O-Penis. 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 No Homo. Ah, ich habe die Leona Wurst. Ah, ich habe da neben. Ja, Leona Wurst. Was, Leona Wurst? Leona Wurst. Kennst du, kennst du, ähm, erstens Koshita Wurst und zweitens kennst du diese komische Leona? Das ist so eine Wurst und ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber es ist ja auch... Leona, weil es Leona ist eigentlich und es einfach so lustig ist. Also die Gegner sind gefiedert. Das ist nicht so gescheit, wenn ihr nur zu dritt da rein geht's. Das kann ich bestätigen. Die Shogata ist da oben beschäftigt. Ist doch selber gestorben. Ja, das stimmt, das ist nicht so gut, wenn ihr da rein kommt, aber schluckt selber. Ne, ne, einfach gestorben. Ich bin nicht gestorben, aber okay. Ne, ich meine, Dings, Trashnit. Ist Trashnit von Haus aus tot? Also untot. Weil mein... Neben seiner Hautfarbe ist ein bisschen ungünstig, äh... Was ist deine Hautfarbe? Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, das ist so... Ah, warte, 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 warte. Ah, ich bin tot. Ja, na, das ist Spurries. Brainless. Ach, schau, Shogat krieg mal was mit, dass es da umgeht in der Mitte und dass du irgendwie deft kehrt, aber okay. Ja, schau dich das an. Also, das ist nur übel. Alter, der Kader hat aufgeholt von... Alter. Der hat 10.2 jetzt. Nein. Nichts. Nichts. Hey, ey, vor allem, was macht der da oben? Wow. Das soll sich bei schaffen. Oh. Ich bin nicht bei der Junge. 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 Nein. Kann doch jetzt nicht sein. Komm schon, komm schon, komm schon. Ach. Komm. Waaah, ich hab'n Käl. Ich hab'n Käl. mit noch auf da kann man nicht nur von uns daran getroffen die für mich auch nicht für mich auch nicht betracht bryant ich spielte in 1 kann man mit einem Schubgast sagen müssen am besten helfen soll der versucht ein Solo, was an sich keine verkehrte Sache ist, aber es kann nicht sein, wenn das ganze Team dabei ist, den Nexus zu treffen und der mit 500 HP davonkommt, dass der darum trotzdem seinen Solo macht. Er ist so, wenn man die einzelnen Reisen kommt, man hier... Wir können uns nicht erlauben, da jetzt großartig ist, oh ja, schönes Maß. Oh, schön, schön, schön. Alter, alter, alter Finne. Oh, das ist so klar. Alter, Finne. Macht mein Herz da zu schwach. Oh, hier ist ja noch was hier, oder? Ted Hauer, ey. Okay, das war, und... Alter, wir müssen es einfach versuchen. Ist schon lustig. Cage. Was machst du das? Wir sind so lustig. Ultimo. Das ist... Ah. Das war Panik. Ultimo Panik. Wow. Das ist so geil, ey. Okay, gut. Hab Conchita. Zack. Aua. Alter, wie wir einfach jetzt noch aufholen. Schaut's euch an. Ja, das machen wir doch nicht. Ich... Ich weiß. Ich mein... Das Ding hat eben... 120 HP... Ah, ich verreck grad. Gib mir mal. Dieser super mega Neger, was er auf mich grad... Die Minions machen das fertig, wirst du schon sagen. Unsere, Manni. Ach jo. Wir müssen nur die ganze Zeit jetzt vor dem Nexus rumgammeln, wann ein bisschen ein Hippie-Tor wieder da ist und gut ist es. Ja. Schaut's einfach, dass wenn sie pushen, dass... Ein bisschen Leben, ob ich Geld von seinen, weil ich kill's alle mit Leichtigkeit. Keiner von denen ist tankig genug, dass ich mich überleben. 13-1, Alter. Oh, das ist respektisch. Ja, ich bin ein Nocturne. Ich bin mit Nocturne eine Maschine. Wir müssen halt auf dem Pantheon so ein bisschen aufpassen mit seiner Ulvi. Ja, ja, den krieg ich, wenn der kommt. Und Nexus kann... Nexus kann nix mehr passieren, weil der Ini wieder steigt. Ah, sehr gut. Jetzt kann man wieder Spurren probieren. Entschuldigung. Ah, du musst dich zurückziehen. Schon wieder Pring? Ey, würden wir das Spiel jetzt noch reißen, das wär so lustig. Ah, Carsten. Du gehst dead, Hanky, gell? Wie wieder? Du musst dead, Hanky spüren, gell? Du hast noch nicht unbedingt gefrorenes Eier. So schon nie auf Abwege im Part. Ich hab nicht richtig viel mehr. Ja, wenn die Lara full AP geht, dann braucht man das nicht. Aber ich darf nicht in der ersten Reihe stehen, weil ich bin... Boah, ich hab' geh. Ich hab' nicht geh. Ah! Pantheon! Nein, hier ist was. Ein Sauschen. Hat er? Nein, nein. Ach, komm schon. Wenn die Schlauge wird... Nein, das passt ja auch noch. Nein. Für Wausflaschen. So lange man nicht fertig machen kann. Ah, Leute, Hilfe. Ah, das war ich ganz einfach stehen. Ah, ich bin so gut wie tot. Ich geh mal ganz kurz weg. Ich hab' nicht gegessen. Ich hab' nichts zu tun. Ich hab' nichts gegen die Schlauge mit mir gehen. Es ist auch wichtig, dass er es nicht mehr da spielt. Ich hab' nichts gegen die Schlauge. Ich hab' nichts gegen die Schlauge. Ich hab' nichts gegen die Schlauge. Ja, das war man jetzt nicht przyzdo aqui. Ich hab' nichts gegen die Schlauge. Okay, das ist ja so mehr ein bisschen. Was war das mit dem der Schlauge? Das war das jetzt nicht der Schlauge. oder wir haben das machen wir sicher nicht für extra das Geld nicht dass sie das mit Absicht machen also das wären sonst um ihn rissig aber trotzdem ein bisschen Angst um den Begriff wird er zurück wird er aber trägt trägt bei einem Pantheon mit einer Wohlstuhl aufweg ich werde sie ins Gebüsch da guck mal da der Kerne der Kerner und ganz verschwägt alt ist weg schiebt und ich glaube da kommt nicht die muss man achten die Treue noch kurz nach dem Mann ab jetzt wollen er trägt kommen jetzt nur trotzdem schausten ich muss ich habe ja auch so was wir sind zu zweit unten Macht euch jetzt schon Gatt hier eigentlich so mal nebenbei, ich stehle jetzt einfach mal die Farm. Er wollte Bot pushen. Ja, sieht man ja, wie der pusht, soll man lieber Top pushen? Ja toll, das sagt der mir, ja. Wir müssen die Tower-Deathen, wenn sie auf zwei Seiten durch sind, haben wir ein Problem. Die Kate kittt mich. Ich bin für die Kate der Easy-Kill. Die Kate, bist du ein Easy-Kill? Oh ja, ich sehe es. Ja, der ist gefiedert, der hat mehr Kills als ich glaube. Genau, der Posig steht in 안녕h�Paul Homos. Sie verraten sich nicht die Mark los. Ok, soll man auch sagen? Ich bin nächste Schritt. Sogar geht es weg, geh in diesen verdammten Tower rein, was ist mit dem los? Oh, wie geht's hier? Ey, vor allem, wir haben so aufgeholt gehabt. Hoffentlich kannst du jetzt noch irgendwas reißen. Na, jetzt mag ich es nicht mehr aufforten. Kann man nicht mehr. Erste Pantheon, dann kriegt die Karte vielleicht ein bisschen Angst. Zehn Sekunden, dann bin ich wieder da, wo es sehr schön. Herrgott! Was ist mit diesem Pantheon los? Allerwärter ist er mir ab mit der Klänge des gestürzten Königs, glaube ich, hier noch mal. Was hat der Arme im Speer? Der Hausverkehr aussehen. Ich gehe mal in den Hippie-Türkern, was sein? Nein, ich kann nicht mehr. Alter, nee. Gott, ey. Karsten, gib bitte Tanki. Ach, auf einmal. Ich hab immer schon gesagt, dass du Tanki gehen sollst. Falsch, die ganze Zeit dran. Und jetzt hab ich mir das andere Ding gekauft. Na, okay. Ja, egal, aber der Schogart mag das nicht allein tanken, weil die Leona ist doppelt so stark wie er, glaube ich. Was tanken angeht. Ja, allerdings. Kommt wohl zu euch. Ich glaube, ein Baron kann bei uns ganz gut tun. Ich weiß nicht, ob die hier ihn machen. Wir haben ja überall keine Worts stehe. Nein, ich gehe mal in den Worten. Überall keine Worts. Läuft so ein bisschen, Schatz, dass ihr irgendwie überlebt. Ich posch ein bisschen in den Worten. Das klingt gut. Schaffen wir das überhaupt ohne dich? Ah, hier steht ein bisschen Busch, das ist Kater. Ihr müsst aufpassen. Ganz vorsichtig. Wie versandt ihr in der Mitte? Drei. Wer aus ist die Kater? Jetzt sind's vier. Vierer sind's. Nee, jetzt sind's vier. Au, au, au. Alter, fuck it, sorry. Da war ich ganz kurz mit der Kamera da unten. Alter, Finder, nee. Gut, also Rüstung. Wer geht doch bei ist von seinen? Leona wollte, aber es macht auch. Jetzt könnte sie Richtung Bot laufen, weiß nicht. Und jetzt sieht man keinen mehr von denen. Also jetzt geht ein deutlich Pantheon, ich kann ihn aufhalten. Okay, er fällt nicht weg. Jetzt kann ich bin drin. Jetzt kann ich bin și tươngig. Ah, shit. Oh, 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 oh. O, oh, oh. O, o, ab. Nein, varm, ich will zu然後rufen, ich will nur auf Patreon, formation, mach ich zu through. nein das hat sich doch gelohnt dieses ist Miet und mit oder schießt die Buchen das sind was altkühlt und das ist wohl nach dem Bild gut die dürfen wir auch wenn wir kennen wenn wir in der Welt ich habe eigentlich gehofft, dass die Leona durch mein Cage durch raßen will aber kann ich alles haben, ich habe 279 Rüstung Dornepanzer als nächstes, ne? oder soll ich lieber Schutzengel ah, hol den Dornepanzer auf jeden Fall und du kannst nachher eh dein Support-Item verkaufen kannst du nicht die Idee nicht die Augen, ne? das Ding, das Megalion ich glaube nicht, dass die dich jetzt nochmal so weit vorlassen und Karsten, bist du leid, könntest du mal ein bisschen Wort setzen? jo ich habe noch Wort ich habe vier Worts vier? ja, er hat doch das Wort-Item ja er kann doch eh noch drei Sätze ja, ja kann er ja auch nur drei du? ich habe ja nur gesagt, er ist aber helft Leona was denn da? ah, okay ah ah die Beispiele oh ah die Beispiele da, du Scheiße, nee, das ist jetzt gar nicht ich habe sie noch geholt ja hoff es war recht ich bin ja eh, ich bin ja immer Torte und sage hoch also irgendwie, die hat gerade ein bisschen bei mir geleckt, das war und warum ja, ja, dann sind sie wieder die Lags ne, es hat ein bisschen grubbeln, ich glaube, das sieht man auch in der Aufnahme später ich habe Disconnect nein ah, ich bin tot okay, das war ungenüßlich muss ich zugeben ja, jetzt ist vorbei nein, niemals nein, aber ist schuld was? ja, das mag jetzt nicht aufhalten nicht nicht die Kate und von der und das Schoffen hat wo wir uns schon kann, die es gleich wieder da und so geht auch hier auch schon hat er nicht mehr auch 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 nicht mehr auch ein nein, 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 nein auch Gott, Lara du bist da schon sein ich möchte, dass du da gerettet bist zu tun ich bin noch nicht aber die Reaktion vom Handelskopf und die Stimme hier ist ein Schatz der Macht erlaubt haben müssen ihn so nötig sind auch nicht mehr 200 2.600 Leben ein lockerer Punkt Loppa ich gehe mal eben ein Wort kaputt machen, da unten ein Tisch. Wahnsinn, man sehen, man sehen. Ich komme da unten. Wo bist du? What? 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 Oh, der zählte mich. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ach, das kann doch nicht sein. Ein halbes Millimeter vor der Nase hat einfach auf damit. Wir sind verarschen. Ich bin. 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 so, der Fischen, der macht Räkst. Ich bin. Ich bin. Wir lassen uns lieber in einem Maul S Reporter sensibilare Betten. Andererseits, was will ich mich anziehen. ich gehe mal ganz kurz zu bernwohnen ich bin die Wien die Wien zum ersten Mal muss man es wird mal ankommen und vorher und wieder mal ich bin auf dem Weg die Karte die Karte und und verbringst ganz ganz kalt und erlaubt ist es nicht schlicht und auch in mit jetzt sind die Besserung schafft es bei es kommt bis er wieder lebt die Mieter sich genau ab in Ordnung bis dort Achtung an der Unkrankung ich brauche mich an und die 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 auch vor sich vor sich vor sich bekommen so gut ja jetzt nutzen ist das auch das war da kommen wir hier herkennen weiter schieb und man kann er jetzt hat es noch so ein st dann da war es ein bisschen dran und wir haben jetzt mal ein bisschen locker noch um kann jetzt und so ärgerlich dort auch ein schade das war kein Sieg aber trotzdem, es war trotzdem ein spannendes Spiel, finde ich er war so zu sagen und mit diesem Warding würde ich es noch sagen ich beende mal die Aufnahme auf Wiedersehen Tschüss Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017